ja hallo und herzlich willkommen bei alexanderlp let's play on the 2 wir haben verspätung genau wir rüsten jetzt mal den bus auf so ja wir haben drei minuten verspätung katastrophen mit diesen form sie fast so den chat machen wir mal aus wir fahren für die stadt bringen wir jetzt nicht da geht ich bin schon diese ach das ist ja um sie halten genau die pence auf gehts ach oma hallo 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 eine fahrkarte bitte dankeschön hallo heidelberg einmal extra auf die ruhr Ja, heute ist Ormsi-Tag mit 4 Minuten Verspätung, aber wir können ja auch nichts machen, weil Ormsi sagt, nö, ich möchte Lading AI machen und so. Ja, deswegen haben wir ein bisschen Verspätung. Uh, fast in den Kofferraum. Meine Fresse, grüner wird's nicht. Hallo. Guten Morgen. Morgen. So, jetzt fahren wir mal auf die Gleise. Ja, das meine ich. Das kotzt mich an. Oh Mann. Geht es ein bisschen schneller. Alter. Danke. Dann wieder 5 Minuten Verspätung. Aber wir überholen schon die Zeit. Wir kriegen alles hier. Sind ja Busfahrer. So. Wenn ihr euch. Hier könnt ihr ja lesen. Ähm, wir suchen nach Mitarbeiter und so weiter. Ja, da könnt ihr ja, ähm, bei uns. Wir sind öffentlichen Betrieb. Dann könnt ihr reinkommen. Und, ja, genau. Wir müssen mal ein bisschen hier heizen. Morgen. Morgen. Ich möchte gerne Busfahrer. Danke. Jo, bitte. Ja. Genau. Ihr habt jetzt hier die neue Stimme gehört. Ihr habt jetzt hier die neue Stimme gehört. Das packe ich ja alles unter diesem Video. Ja. 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 Heil die Klappe. Ja. Ja. Geh kotz mal. Ja, weil ich nie meinen Bus. So. Da bin wir gelb gefahren. So, da wählt keiner mit. Hier wählt auch keiner mit und Aussteigen auch nicht. Ich mache mal ein bisschen 10 Sekunden weiter. Wir sollen da um 9.30 Uhr da sein. Wir sind 4 Minuten zu spät. Da kommen sie leider 5. Hallo! Hallo! So, genau. Ah, ja, du sitzt jetzt fast. Neee. Neee. Ja, du bist. So machen wir mal Falschkontrolle. Genau, wir können hier immer fahren, fahre für Event, also Herz-Event heißt es ja. Ja, das ist schon wieder. Komm, komm, komm. Ja, das ist schon wieder. Mann, 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 Mann. Hey Gott, der Pferd ja, das ist ja unglaublich. Hat er seinen Kühlschrank gewonnen, oder was? Na, die Fresse. Das ist ja. Ich weiß, dass da 50 stand, aber wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ich weiß, dass da 50 stand, aber wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ich weiß, dass da 50 stand, aber wir müssen uns ein bisschen beeilen. 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 Wir müssen ein bisschen beeilen. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, dass wir uns dein Einer betomen stehen. Sinkenstraße. Oder verletzt mir ein V-Schaubild. Oder verletzt mir ein. Wenn man einen Drückler vorne hat, dann muss man viel Zeit haben. Oh, Sie sind aber ein ganz süßer. Ja, wir stehen nicht auf die Männer. Na ja, wir haben jetzt 5 Minuten Versperrungen, ist ja egal. Hauptsache wir kommen Highlighter. Ja, ich bin nicht mehr. die parken auf städte dreieck mordet also städte dreieck 21 mordet ich glaube ich gesagt anfang an aber ihr könnt ja das nachbus will sie heute nicht mehr hallo hallo ja dann macht die wo man kann gerne ein daumen nach oben lassen abo lassen und die glocken aktivieren Wenn ihr keine Videos mehr verpassen möchtet, oder so. LFPS hab ich. Ah, geht so. Gut. Keine mit, und da aussteigen auch keine, dann können wir weiter fahren. So. 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 Sonst haue ich dir einen auf die Ohren. Ja, genau. Das... Alter, ich habe Vorfahrt. Ach, ich mag keine Obel. Aber ist ja egal. Die haben immer Vorfahrt. Im Onsi hat man immer Vorfahrt. Egal. So, der fährt erst mal her. Jawoll. So soll das sein. Dann fährt er wieder hier durch. Ei, ei, ei. Auf geht's. Bewegung. Zack, zack. Guten Morgen. Moja. Guten Tag. === Jetzt, ich gehe ein bisschen. Am kann zuerst. Ich schütte dir, ich schütt. Ich schütte dir, ich gehe mal. Am war starten, ich gehe spiele. Ich gehe mal. Ich gehe mal. Am gefällt auf dem Kalken runter. Ich gehe mal. Ich gehe mal. Ich gehe mal. Am devem천jagen. Da geht mir. Ich gehe mal. So, weiter geht's. Ich habe gerade mal über Handy was gelesen, aber das kennt er ja. Die Fahrer müssen ja immer stehen bleiben und gelesen. Hallo. Hallo. Waren wir Bus, der voll ist. 32 Fahrgästen. Waren wir Bus, der voll ist. 32 Fahrgästen. Oh, anheimlich sieht aus, jawohl. So, jetzt stehen wir an der Ampel, jetzt kann ich Handy gucken. Oh, ganz cool. Ähm, wir dürfen fahren. Jetzt rassen wir mal ein bisschen, wir haben sieben Minuten Verschwellung. Eigentlich verwechseln. Raus, kommen wir da hoch. Und jetzt wieder. Oh, sie sind aber ein ganz süßer. Ich sehe nicht auf Männer, habe ich doch vorhin gesagt, meine Herren, du. Oh, aus Hamburg kommt er. Aha. Oh, das war das keep. ... ... ... So, weiter geht's. So, hier müssen wir fahren und hier anhalten. Guten Tag. Immer nach links und rechts gucken, Spiegel, falls da immer Autos hinten sind. So, genau. Ja, wenn man den gerade immer macht, dann muss ich mal die Taste K drücken und wieder reichen. Psst. Ein bisschen zu weit raus, aber ist ja nicht so schlimm. Wir wollen ja auch die andere beobachten, was sie macht. Hallo. Guten Tag. So, jetzt geht's wieder zurück. Nee, Spaß. Aber warum hat der Grün und wir nicht? Oh Mann. So. Wir halten ja bei, ähm... Oktanische Gartenorn, nee. Wir fahren auch ein MAN No Line City. Das sind ja selber. Hier fährt ja auch bestimmt den Bus. Wir haben ein bisschen Gas geben und hier sind auch keine Blitzer. Jetzt habt ihr erwähnt hier oben, habt ihr bestimmt gesehen, dass ich da oben gedrückt habe. So. Weiter geht's. Achtzig. Und jetzt geht's. Jetzt wird die Straße noch eng. Können wir jetzt mal den Bus schön auspowern. Boah, fett der Scheiße. Nein, das macht Michelle Schumacher. Ah, da haben wir ja sieben Minuten Verspannung, Leute. Oh, sie sind aber ein ganz süßer. Ja, echt. Männer sind schwul. Geh nicht auf Männer. Geh nicht auf. Guten Morgen, was sind sie denn so schwein? Ja, das kannst du dann noch Großoma erzählen. Achso, du bist ja ein Oma. So, wollen wir mal ein bisschen weiterfahren. Wenn es klappt, wenn es nicht klappt, muss ich aber klappen. Warst du schon mal bei welchem Westen? Wenn ja, würde ich mich freuen, wie du das sagst. Was schön oder was scheiße oder was weiß ich. Wir fahren nur Opas. Grünalp jetzt nicht. Mann, 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 Mann. Sagen Sie mal, Sie kriegen meinen Fahrschein für den ganzen Tag. Okay, eine Tageskarte. Die Oma wollte sagen, kann sie nicht hier durchwischen. Das wollte sie sagen. Mal nach links gucken. Was schön, was schön. Und ich würde sagen, dass Sie das nicht wiederholen. Sie müssen den Tag zurückfallen. Ich würde dir so, das ist okay. Das wollte ich nicht mehr machen. Aber das muss ich dann mehr machen. Das muss ich jetzt mal machen. Es ist ja auch noch ein Gerät. Moin Ein bisschen weit ausholen müssen, aber egal Klassinger Weg Keiner mit, gut Klassinger Weg Ein Fahrschein, bitte Ein Fahrschein, Miguel Klassinger Weg Das ist so gut Weil ich habe keinen Bock, dass Ormsieh immer so viel nachruckelt, wegen Naden und so weiter. Deswegen spule ich da ein bisschen die Zeit vor, um euch zu ärgern. Und was da immer Ormsieh immer nachruckelt. So, weiter geht's. Könnte aber auch ganz leicht machen und dann geht das, wenn das der Lenkrad starte ist. Kann ich so immer machen. Dann geht er aus, automatisch. Oh, kaum gestanden wird es gut rollen. Ja gut, wir haben jetzt 7 Minuten Verspielung. Aber ist ja nicht so schlimm. Hauptsache das Video gefällt euch. Ach, Mist. Nee, ich stehe da nicht. Ich stehe da. Hätte ich auch da stehen bleiben können, ey. Ich schluss mich. Einmal drücken, reiß. Jetzt müssen wir ganz nach links, weil wir jetzt abbiegen wollen. Universität. Oh, weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Morgen. Guck, jetzt steht da acht Ratsfahrer. Das geht an den Betrieb, die Hälfte ist Geld. Und das andere Hälfte geht ja an mich. Oha, wenn ich hier drücken-Maßnahmen nehme. Überraschung. Oha. Oha. Ah. Ja, auch wir enden hier. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen bis hierhin. Ich sage dann mal, bis zum nächsten Mal. Lasst auch ein Abo da und einen Daumen nach oben. Schreib einen Kommentar unter diesem Video. Ihr sagt dann mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Meurer Alexander, LP. Tschööööö.